Ja, moine Freunde, herzlich willkommen zu einem Wettbewerb-Kanal zur Beginner Runde, Minecraft SkyWars. Danke dafür. Mit dabei ist Jan. Hallo. Guten Tag. Ich sollte vielleicht anmerken, dass ich eine Verletzung am linken Daumen habe, deswegen nicht so gut auf die Leertaste klicken kann. Es kann sein, dass man die hört, wenn ich die klicke, weil ich so seitlich draufklicke, kann es sein, dass man die hört. Ich hoffe nicht. Wenn, tut es mir leid. Mir nicht. Ich hoffe, das klappt jetzt so, dass Jan diesmal nicht so laut ist, wie im letzten Video. Ich habe ihn jetzt mal extrem leise gestellt. Jetzt hört man ihn am besten gar nicht, das wäre das Witzigste. Ich glaube, das wäre bei dir trotzdem nicht möglich. Ich glaube, du bist selbst bei 29% noch lauter als ich. Bist du schon weg? Ich bin schon beim Nachbarn, ja. Ich habe die schon besucht und habe kurz Zucker abgeholt. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso, aber irgendwie kriege ich es gerade hin, Daily Uploads zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das so fortführen werde. Nö. Also, momentan geht es, aber ich glaube nicht, dass ich das noch allzu lange weiter so führen kann. Äh, wo bist du? Wir haben PCW besucht von Gegnern. Ähm, die wollen nämlich ein Scheibchen Käse... Genau. Äh, ich würde nicht ins TNT laufen, wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre! Wenn... wir machen's. Jetzt hört sie noch, wenn ich du wäre dazu. Nö. Sicher nicht. Ich dachte wir machen hier ein, äh, Bier rasieren. Ich dachte wir machen hier ein Bier rasieren. Alles, äh, Skywurst. Ist auch in Arbeit. Hab ihn. Chill hier ein bisschen. First up... Psch, Psch, sag kurz leise. Sag kurz leise... Schade. Psch... Ich hab einen Plan, ich hab einen Plan... Ist das jetzt ein guter Plan? Nein, das ist kein guter Plan. buddy stammt jemand aus der ca. Da oben ist einer Nein Komm mit Oh, wirst du Hast du da was episches einblenden Eigentlich wollte ich mich erst hoch Hab ihn Sauber Achtung Oben ist ein Meg Sein Meg hat mich Bitte nicht sterben Ich sterbe nicht Oh, ich bin fast tot Aber ich Nicht sterben Jan Ja, also das bringt dir viel Das Ich weiß es nicht Er hat keine Blöcke mehr Das ist der Grund Kann er bitte den unter sich ansünden Oh, schade, du musst da weg Du musst da ganz Bruder muss los, Alter Bruder muss los Da muss ich richtig los Er muss er denn jetzt hin Das ist der Profi-Spieler Muss ich schon sagen Nein Wo ist er denn jetzt hin? Ja, wir haben gewonnen Nein Oh, Mann Ui Ich wollte mir mal ein bisschen stoppen Naja Geh unter die Geh unter die Treppe Geh unter die Treppe Und hole den Weed Ja Eine Minute 37 Sekunden später Hallo Hallo Hast du das gesehen? Ich hab einfach Du hast einen Eins Wasser MLG KD LP gemacht Äh Oh nein, der hat full dir Ich hab zu wenig Blöcke Ist das sein? Ich hasse sein Leben Ist doch so Wenn du ihn jetzt treffen würdest Wer legt Okay, einer ist schon mal down Tschüss LOL Haha, du hast einen auf dem Der ist da Okay, den hast du Jetzt hast du ihn Jetzt hast du ihn Jetzt hast du ihn Entehrt, Bruder Er fällt runter Hui Schreit der noch? Schreit der noch? Hier, hallo Hallo, komm her Komm her Komm her Komm da hin Da hin Da hin Hallo Zwei, eins Und Leute, wie einfach mein ganzes Mikrofon grad rot wurde Eins Oh, scheiße So Leute, das war's auf jeden Fall auch mal wieder mit dem Video Die Gegner waren sehr, sehr verwirrt, glaube ich So Wenn euch das Video gefallen hat Vergessen, den fand ich den Bergen abzugeben Alles klar Jan ist auch verwirrt Lass gerne ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt Oya Ja 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 Ja